servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit etwas gossip aus der world of warcraft raiding welt es gibt einen kleinen skandal will ich jetzt nicht nennen das baust das ganze zu sehr aufglaubig aber es gibt drama bei einer der weltweit besten gilden die rede ist von erster wo w die an und für sich das vergangene tier auf rang 7 weltweit abgeschlossen haben die chinesische gilde ist jetzt aber geschichte beziehungsweise eigentlich schon seit freitag aber ich habe das video jetzt gebracht weil ich wollte das nicht einfach so schnell dazwischen schieben am wochenende wollte da was vernünftiges zu machen neben sie hier ist erster wo w geführt also haben sie scheinbar den kerkermeister noch nicht dead und das wird sich auch nicht mehr ändern denn sie spielen nicht mehr und die gesamte wo w abteilung wurde quasi rausgekickt ich wusste tatsächlich gar nicht was da alles dahinter steckt das ist wahnsinn wie viel geld da auch teilweise reingepumpt wurde und es gab einige ja diskussionen in öffentlichen streams und so weiter und so fort wir gucken uns jetzt die ganze geschichte mal an also berichtet wurde die geschichte von wow hat ich hatte aber auch tatsächlich schon ein tweet gesehen hier von diesem nasda lol das hatte einer von echo glaube ich geteilt auf jeden fall hat esther und das wusste ich zum beispiel nicht dass sie auch hier in shanghai ein riesen streaming event rausgeballert haben das kriegt man tatsächlich hierzulande gar nicht so wirklich mit aber sie haben sich da ordentlich was einfallen lassen 33 spieler waren vor ort und caster und schieß mich tot und ja das war recht ordentlich hier sehen wir mal so ein bild von der location also die haben da auch wirklich einen ausgepackt aber und das ist ganz interessant wusste ich zum beispiel auch nicht esther ist eine riesen e-sports organisation in sachen dota 2 und dementsprechend hat die organisation auch relativ schnell ein raid team in wo w aufgebaut und laut dem text waren sie auch wohl eine der bekanntesten gilden in china insgesamt wurde für das team also ich gehe mal davon aus es wurde jetzt hier nicht explizit ausgegeben oder es liest sich so als wäre es für das ww team aber das wäre schon richtig heftig 1,85 millionen us dollar wurden für das team in 2021 ausgegeben ich bin mir aber nicht sicher ob da dota noch mit rein zählt oder ob das nur das ww team war aber der nachsatz sagt dass die spieler wohl richtig fette gehälter bekommen haben und die kosten von sanctum der herrschaft das race to world first waren da auch mit drin holy shit rund 40 raider und manager haben pro monat ungefähr 3000 dollar gehalt bekommen in dem fall kann man dann schon sagen dass das bestimmt hinkommt hier allein nur das grundgehalt bist du dann bei 120.000 dollar im monat nur für die raider und manager also das ist schon saftig und dann noch so ein event kostet auch noch mal eine stange geld also knapp 2 millionen für ein ww team ist schon heftig aber letzten endes wurde die gilde wohl eher bekannt für drama als leistung und das wie gesagt habe ich nicht so ganz mitbekommen da ich die asiatischen ehrlich gesagt wenig verfolge es ging los mit dem race im sanctum der herrschaft wo wohl ein writer für guides das team ziemlich schnell verlassen hat weil well we got a class guide writer left the team mid race over the possibility of missing a month's salary upon being benched er wenn er gebencht worden wäre kein gehalt bekommen hätte und ja das ist schon mal das erste dann gab es wohl einen streit wegen interrupts wo ein krieger aus der gilde gewalttätig geworden ist tische kaputt gemacht hat sachen durch diese location geworfen hat und so weiter und so fort dann der raid lead hat auch wohl keinen guten eindruck gemacht wo er weil er die community und die zuschauer des streams für das schlechte item level der gilde und die performance verantwortlich gemacht hat später hat er dann wohl on stream angefangen zu weinen und sich zu entschuldigen das sehen wir jetzt hier ich habe keine ahnung warum hier bei diesen chinesischen streams überall diese buchstaben durch die gegend fliegen aber scheinbar ist das so ein ding dann im mausoleum der ersten gab es beim pantheon ein disput auch diesmal wieder um unterbrechungen wo ein streamer früherer mdi champion ye luo in einen hitzigen streit gegangen ist weil es wurde gesagt er macht schlechten schaden und er würde fehler machen er selbst hat das aber nicht so gesehen dieser streit ging dann weiter bis zu halondros da hat ye luo dann einen anderen spieler fertig gemacht weil der die bombe nicht richtig getragen hat hat dann leute im raid angeschrien und er wurde dann aus dem team entfernt von erster danach hat er sich in einem stream geäußert dass der raid leader quasi kacke wäre und die gilde viel besser wäre wenn er der raid leader wäre also ihr seht schon einige persönliche differenzen und ja gebären da drin die das ganze schwieriger machen gleich haben wir auch noch ein stream wo sich zwei spieler während des vergangenen race angeschrien haben auch wenn der clip chinesisch ist man kriegt am anfang trotzdem noch mit dass da sachen kaputt geknallt werden und sonst das dann ein weiterer spieler wurde von der chinesischen streaming plattform für zehn jahre gebannt nachdem er in seinem hotel wohl irgendwie witze über die covid situation in china gemacht hat das kam dann auch nicht so gut an die waren zwar gemutet die meisten aber einer eben nicht dadurch wurde der streamer gebannt musste 14.000 us dollar strafe zahlen um anband zu werden und holy shit es geht immer noch weiter dann haben wir noch ein spieler der wohl auch probleme hatte ein ex spieler von limit supreme hat mit der gilde gespielt und dieser hat gesagt er hat fehler gemacht bei halondrus weil supreme ihm angst gemacht hat also ihn erschreckt hat wie auch immer und dementsprechend hat er mit seinem heldenhaften sprung ist er in den tod gesprungen und das wurde dann in china zu einem meme und so weiter und so fort dann hatten wir hier noch nochmal supreme eben jener xi guang der da gestorben ist weil angeblich supreme ihn erschreckt hätte hat dann gesagt dass supreme fies wäre und immer böse kommentare bei kleinen fehlern und so weiter abgeben würde dann beim kerkermeister gab es zwischen denen auch noch probleme oder ist dieser streit hochgekocht wodurch supreme dann diesen xi guang konfrontiert hat damit dass ein team manager eingreifen musste dass die beiden auf gut deutsch sich nicht auf die nuss gehauen haben und ja so ging es dann weiter und dementsprechend hier steht auch in china haben teilweise die clips wo es da richtig beef gab über 700.000 viewer gezogen also das ist schon ordentlich krass aber dass die oder da das team hier wird jetzt geschrieben sie sind auf platz 2 im sepulcher gelandet da war aber eben die warcraft log statistik falsch jedenfalls platz 2 war für die unterstützer der gilde nicht gut genug und auch das mdi team wurde gecuttet da sie zu schlecht waren weil sie halt einfach nicht gewonnen haben und dementsprechend wurde das komplette raid team von erster ww rausgeschmissen aber sie haben wohl auch wohl seit vier monaten kein gehalt mehr bekommen und was ich dann schon gesagt hatte was ich mal gelesen hatte ist dieses was nasda hier geschrieben hatte terrible tier und er würde gerne videos machen was da alles schief lief was geändert werden müsste aber ja wie man jetzt sieht da wird nichts mehr passieren da ist schicht im schacht dann haben wir noch zwei clips von einer plattform ich ich habe keine ahnung billi billi das sieht aus wie das chinesische youtube ich hoffe jetzt mit diesem video lande ich nicht irgendwo auf einer blacklist also ich kann nichts lesen hier aber das ist wohl ein erster ausschnitt wo es richtig beef gab in dem raid auch hier hier fliegen überall diese buchstaben und wörter durchs bild was mich komplett irritiert aber das nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben und hier hat jemand was verlinkt vielleicht fangen sie da an sich zu beefen ah hier ist der halondros ja okay ich guck mir jetzt nicht 26 minuten an beziehungsweise habe es eben schon nicht gefunden aber ich verlinke euch das ganze da könnt ihr selber gucken wenn ihr wollt aber wo es zur sache geht ist hier in diesem video und da hört einfach mal rein das war dieser angesprochene streit der dann eskaliert ist wo sachen kaputt geschmettert wurden und so weiter und so fort das hört schon recht hitzig an hier bevor sie sich muten geht es dann jetzt haben sie sich dann gemutet davor hast du es halt immer mal krachen hören im hintergrund das war jetzt wohl nicht der heftigste stress aber eben eines der videos was dadurch ziemlich viral ging damit verabschiede ich mich jetzt von der schönen seite billy billy es hat mir sehr viel spaß gemacht holy shit ja für wo w verhältnisse echt ein sehr boulevardeskes thema mit sehr viel drama stress und streit ja jetzt seid ihr gefragt schreibt das ganze mal in die kommentare habt ihr davon was mitbekommen interessiert euch das ja nein oder geht es euch auch eher so wie mir dass ihr die asiatischen gillen eher kaum verfolgt und nur die europäischen und da muss ich tatsächlich sagen das ist nicht mehr irgendwie böse gemeint aber bei europäischen oder anderen internationalen gillen hast du es halt dass die englisch sprechen da kann man sich es angucken hier in dem fall ja ich verstehe halt keinen ton und dementsprechend macht das weniger sinn sich das anzuschauen aber gut viel drama danke fürs zusehen ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst ihr gerne ein abo da packt ein like auf das video guckt auch auf g6gaming.com immer mal wieder vorbei für die neuesten news und damit bis zum nächsten video reingehauen Outro Outro